Es ist in der heutigen Zeit, Networking zu betreiben, miteinander zu arbeiten. Wie wichtig ist das? Für seine Networker first. Ich habe dazu ja gestern schon was gesagt, diesem jungen, charmanten Herrn hier. Also Networking ist super, ganz wichtig. Und ich finde, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, trotz aller elektronischen Medien und aller Elektronik, die uns im Alltag so ein bisschen beschäftigt, dass man das Miteinanderreden nicht vergisst. Dass man also immer noch das persönliche Gespräch sucht, weil dadurch kann man eine ganze Menge richtig machen und eine ganze Menge ausräumen. Also nicht immer nur irgendwie, ich habe eine Mail geschickt und ist so. Nein, reden, reden, reden. Klingt total wichtig. Essen macht das sehr viel Spaß. Es kann dann auch viele neue Ideen bringen. Und Schreiben ist ganz wichtig oder auch mal zu posten. Aber genau, das Treffen, das darf tatsächlich nicht in den Hintergrund treten. Weil sonst hätten wir auch weniger Spaß. Ich meine, das ist doch klasse, einfach hier zu sein. Oh baby, ah, oh, oh, oh baby.